Hey, hey Kumpel, warte! Wow, wow, hey! Na gut, wenn er den Rucksack nicht will, dann... Hilfe! Ich habe ihn gefahren! Hilfe! Irgendjemand! Sammy, wie bist du da reingekommen? Aus, nicht schütteln. Mir wird schwindelig. Ach, du grüne Neune. Du Armer! Ein Moment. Willkommen zurück. Ich habe eine neue Mitbewohnerin gefunden. Das ist Sarah. Oh, Hallöchen. Wie gefällt es dir? Gemütlich, oder? Wow, freut mich. Kriege ich ein Bad und einen zweiten Stock und ein Spielzimmer? Sarah scheint sich zu freuen. Und wir renovieren den jetzt. Heiliger Bim Bam, bin dabei. Bereit für ein Makeover? Zuerst machen wir den auf. Und bittet einen Erwachsenen, ihn genau hier aufzuschneiden. Ich habe noch nichts fertig. Gib mir die Dekoration. Entschuldigung, aber da hängt Schleim in Ihrem Lammel. Sam wäre eine tolle Dekoration, oder? Wozu ist das? Für den Strom. Lass uns ein paar Kekse essen, ja? Zuerst machen wir eine Doppelwand aus Pappe und Schaumstoff. Jetzt können wir LED-Leuchten hindurchstecken. Hab dich. Zurück da. Zurück. Ha? Gewonnen. Samy, so werden wir nie fertig. Die Batterien kommen an die Rückseite. Samy, der Elektriker. Sie haben angerufen. Ich verbinde sie mal. Moment. Fertig. Wow, unsere Wand leuchtet. Hey, wer hat das Licht ausgemacht? Töne ich mich raus. Oh, Susi, danke. Ich finde es toll. Hoffentlich findet unsere kleine Puppe das auch. Schieb die Wand zu mir. Weiter, weiter. Oh. Susi, eine Leuchte ist noch übrig. Puh, ich weiß, was jetzt kommt. Und, hab's vergessen. Keine Sorge, ich weiß es. Hör einfach auf mich. Das ist meine Susi. Aber ich hatte schon eine halbe Idee, weißt du? Warum ist die Decke so hoch? Oha. Damit wir einen zweiten Stock bauen können. Oh, der muss stabil werden. Bäm, 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 bäm. Samy, sieh mal. Wir machen einen Moosgummi-Regenbogen. Ich werde ihn mit meinen Lieblingseinhörnern dekorieren. Ja, dann, Samy. Tag träumst du. Bin schon wieder da. Warte. Ich zeige dir, wie man leuchtende Wolken macht. Die Leuchten müssen fest in den Löchern stecken. Komm schon. Gib mir nur ein bisschen. Ein witziges Stück vom Rücken. Das meckt niemand. Bitte. Susi, ich habe eine Unfüllung für dich. Samy, das steht dir auch gut. Jetzt haben wir flauschige, weiche Wolken. Sam und ich schickes Tiere, um das aufzuübschen. Hey, hör auf zu kichern. Das ist nicht lustig. Und mehr. Nimm das. Grund ist ja echt entspannend. Sag ich doch. Aber du bist noch nicht ganz fertig mit Anmahl. Der Kaffeetisch ist fertig. Pst, hat jemand deine Stehlampe bestellt? Wow. Was für eine schnelle Lieferung. Stell mich daneben. Schleime sind die weltbeste Dekorationen. Samy, komm schon. Was würde ich ohne dich tun? Naja, wenn ich zu wertvoll bin, dann stell das daneben. Ähm, äh, was ist das? Den Sitzer kannst du fertig machen. Dank mir später. Okay, dann los. Toll, oder? Richtig gemütlich. Was ist das? Oh, komm schon. Das sind süße, winzige Bälle. Die sind immer ein. Das klingt nach einem von Sams Witzen. Egal. Unser Sitzer ist ganz gut geworden. Super, Susi. Ich habe ein Geschenk für dich. Hier hast du einen Donut. Hey, der ist nicht essbar. Jupp. Ich mache das weltbeste Donutsitzkissen. Die Hauptzutaten sind Perlstreusel. Los geht's. Oh, ja. Hm, das Sitzkissen ist echt süß geworden. Gut gemacht, Sam. Wir können Leute zur Einzugsfeier einladen. Oh, Sammy. Kissenschlaf. Ja. Moment, mein junger Mann. Hast du Geschenke dabei? Okay. Ein Hausschuh als Geschenk. Der zweite ist kostenlos. Und hier mein Geschenk für dich. Oh, nicht schlecht. Die Regale male ich selber an. Hängen wir sie an die Wand. Und mein Foto stelle ich... Äh, oh, es ist zu groß. Mischt. Dann malen wir eben Selbstbilder. Kann ich auch mich dekorieren? Nö, Spaß. Sie passen gut ins Zimmer. Hey, Sarah, darf ich reinkommen? Madame, ihr Prinz ist schon unterwegs. Ups, das war ein Unfall. Tut mir leid. Deshalb hätte es durft die Leiter warten sollen. Und was? Oh, sieht toll aus. Wir brauchen nur ein Seil. So, bitte. Jetzt könnt ihr beide sicher hochklettern. Ja, lass uns. Hey, warum ziehst du sie hoch? Gib sie zurück, du. Was ist mit mir? Hey. Sie ist ein Versöhnungsschneck. Juppie. Sieht köstlich aus. Sammy, warum ist das letzte Teil nicht angemalt? Upsi. Ich hab's vergessen. Ich dummere Schleim. Alles gut. Wir bemalen es gemeinsam. Leute, ladet eure Freunde zum Mitmachen ein. Oh, ehrlich. Und jetzt ein paar Testsprünge. Super. Test bestanden. Dieser Aufkleber ist ein Qualitätsbeweis. Jetzt machen wir einen Nachttisch. Oh, Lucy. Ich hätte fast keine Griffe gefunden. Genau, rechtzeitig. Die kommen hier an die Vorderseite. Oh, die neuen Dekorationen sind da. Jetzt machen wir... Oh, was ist das? Ein Drei-Punkte-Wurf? Upsi. Ist das kein Basketballkorb? Und ist das keine Schleppe? Leider nicht. Das ist ein Bettvorhang namens Baldachin. Das kommt über das Bett. Loomers. Jetzt haben wir Licht. Sunny, ich brauch deine Hilfe. Wow. Ich kann auch Wolken basteln. Bitte, Susi. Du bist dran. Nur noch ein paar Stiche. Und das Kissen ist fertig. So weich. Lass uns auch eine Leselampe für nachts machen. Wow, wie schön. Sushi, noch ein wenig Jasmin-Duft und Patchouli? Was ist das? Wir nehmen besser nur den Deckel und machen daraus einen süßen Blumentopf. Und, äh... Da sollte pinkes Moos drin sein. Das ist am nährstoffreichsten. Okay, wir sind fertig mit Dekorier. Hey, hier dürfen nur ein Hörner rein. Hilft mir dann jemand mit meinem Makeover? Freunde, macht es uns nach. Wir machen einen süßen Schlafanzug für die Puppe. Und eine lustige Einhorn-Schlafmaske. Nur noch ein paar dekorative Flügel. Jetzt schnell. Ab in dein neues Zuhause, Kleine. Das ist viel besser. Komm schnell rein. Juppie. Juppie. Das ist so toll. Ja. Ach, wie weich. Lecker. Das sieht köstlich aus. Was für ein weiches Bett. Klasse. Das ist so toll. Ich bin ein weiches Bett. Das ist so toll. Oh, wie ist das? Ich bin ein weiches Bett. Das ist so toll. Ich bin ein weiches Bett. Das ist so toll. Wow, laden wir ein paar Gäste ein. Bist du jetzt neidisch, weil du es abgelehnt hast? Hey, nur Einhörner. Aber ich gehöre zum Bau-Team. Siehst du, das sind meine Freunde. Lass mich rein. Ich sagte nein und das heißt nein. Okay, was, wenn ich das mache? Sammy, mach's noch mal. Ich bin ein pinkes Einhorn. Komm rein. Moment mal. Unglaublich, du Banause. Schleime sind so hinterlistig. Werden Sam Fang spielt, gebt unserem Einhornhaus einen Daumen hoch. Und abonniert uns. Bald kommen neue Videos. Bis bald. Hilf mir, Beiner. Hilf mir. Ich habe ein großes... Hab dich. Hilfe. Danke, du bist mein Retter. Freunde, man sieht sich. Tschüss. Gesund. Hör mal genius, Junge. arettissimo. Ja, ich bin ja väriser. Nein, nein. Mach das mich. Junge. Ja.